Geh jetzt schon nicht die Werbung. Ja, vor allem nicht beim Preis. Ja, plan das nochmal. Dü, 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 dü. Aber hauptsache... Ich hab nicht verstanden. Ich hab gesagt, hauptsache Rapid hat heute gewonnen. Ach, hier. Das oben ist vorhin in Abteilung abliegen. Was soll ich jetzt mit den Dingern hier durch den Markt laufen? Oh, nein. Oh, nein. Ne, hier am Markt. Es riecht... Es riecht das Horror. So ne tussig anbohrte Kassels mit so riesen Windhosen. Ah, was ist jetzt? Oh, die oben ab... Abzulassen. Warum? Hat er schon Angst? Juge... Juge, ich sag's dir. Wenn der Flick wegen Braco geht, dann geh ich nach München und mach da ein richtiges Theater. Ist mir scheißegal. Wenn Ballen schlau ist, dann schmeißen die den Braco sofort raus. Ganz ehrlich. Den hat er... Irgendwie hat er gutes gebracht, außer dem Davis. Kein... Ich glaub, der hat bis... Ich glaub, der hat bis 10, 15 Millionen. Darf der alleine entscheiden. Alles, was drüber geht, muss vom Kahn und vom Herbert Heiner und vom Rummenigge auch noch abgeklärt werden. Ja, Hauptsache wir haben jetzt Superstars wie Buna Saar, Magrocker... Inks... Ich hab auch mal 10, genau. Jan, bitte ab. Juge, ich sag' ich auch nicht, die Buna Saar. Ich möchte erst einen Beitrag gelesen. Der hat sich ja sogar freiwillig in die Zweidemannschaft versetzen lassen. Vollidiot. Ist es da vorne, der Theo Walker? Ne, ist glaub' dieser Inks, oder? Ne, ist jetzt... Sturm. Schaut aus wie... keine Ahnung. Naja, ich glaub' es ist dieser Inks. Alter, bei Liverpool nix kriegst du bis auf Hemden zerreißt dir jetzt die Liga. Hallo, äh... Sie sind jetzt willkommen zu dieser Partie, der hat mir nur noch, dass sie dabei sind, die Zuschauer. Der hat doch gegen mich noch fuhr, glaube ich, aber das liegt mir noch so. Ne, da noch so. Es geht hier heute um ein Spiel aus dem neuen Modus. Überraschungsball. Er ist frei, da kann was draus werden! Ist es das? Das Ziel ist gewonnen, immer wichtig. So hat sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So gut ist das Schießen-Boost auch. Da ist hier, das ist 1 zu 0 gefallen. Junge, das ist Schießen-Boost. Juuuuge! Passt du? Wohl aufgepasst vom Zollwart. Kann er eins einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Warte. Warte mal. Was passt der hin? Was ist das? Warte mal! Dann hab ich doch nichts eingeschränkt! Warte mal! Ich kenne sie. Blitz. Nein! Es ist gerade gepackt! Die sind der Mann! Ich bin heute Kassel. Die sind die Mannschaft! Nein, ich hab gedacht, ähm, was würd ich ihm grad sagen? Frenkie de Jong. Ings. Armball Werner. Wui! Habe ich! Renn! Rennkolarabi. Das könnte vielleicht was werden. Der Angriff könnte was werden. So! Super Super. Ah, ich habe mir aber geht um ich kann mir vorstellen warum da keine neuen folgen kommt ganz hohen hagen hat Corona ganz hohen hagen ist in Quarantäne er geht dazwischen und dahinter die Flanke auf drittlich kommt er muss nicht gar an den Ball kommen weg von Son ich kann nicht weiter kurze Ecke Renn ich renne auch jetzt einfach weiter laufen ok jetzt vielleicht die Flanke was für eine Junge Bist du behindert? Bist du behindert? Nein, ich bin Albaner Corona Corona Timo Werner gibt den Ball ab und Lewandowski ich bin ja ich bin Geht alle weg! Geht alle weg! FW-traum! Juri, wer ist das? Juri! So, ich hole den einfach drauf! So, wir sehen's! Alle Tour! Das wird beim Trippling-Boost auch noch so Geschwindigkeit erhöht. Das ist der maximale... Rückpass! Rückpass! Direkt, das reicht uns! Ja! 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 Okay, jetzt noch schlussgebend! Warte, wenn der reingeht! So, bald hab' ich meine Ruhe! Dann kann ich mal die neue Nacht vor Nacht auf die Eier gehen! Hallo! This is Flo! Welcome to Check-Ass! Jetzt vielleicht! Oh, Alter! Ja, äh... Ich kenn' ja... So, mein Zimmer... Kann ich ja bei dir den Wohnzimmer so reinschauen, weißt? Ja! Und da ist alles leer geräumt jetzt! Pfff! Alter! Alter! Dieser Moment... Dieser Moment... Dieser Moment, wenn der Ball sch... Pfff! Junge! Glück gehabt! Dieser Moment, wenn der Ball schneller ist als der Spieler! So... Der Ball war schneller im Aus, als das Hartz-IV-Geld am Monatsanfang! Pfff! 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 Pfff Wyaaah! Wyaaahha! Pfff! H cities war that bad! I'll win... jesl lips do you do the Bude! Mr.. Mennsson! Soberg! Pepper! yesl presentation! Because... Yn рок! ochжsf! Yheaaaah?! jeder sagt was das für ein beschissenes Spiel ist keine Bewegung, also keine Bewegung, also ich habe ja nicht einmal schießen Boost gehabt super Tag, er kommt vorbei, jetzt wieder durch und das Tor was ist denn mit? tschüss gejahres zu Levi starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen Junge das sah vielversprechend aus sehr gut pariert damit du es so für rot kriegst starke Aktion Junge ich geh halt wenigstens mit richtig Emotion in das Spiel Junge, wer ist das? Terrible super durchgesetzt das war wichtig diesen Ball noch abzufangen das hätte was werden können Junge in FIFA au hau, hat Kimmich verletzt das ist doch der er kennt sich gar nicht aus der kommt überhaupt nicht mit jedem klaren Torwart ne, wie ist verletzt Kimmich verletzt das ist kämlich das ist kämlich das ist kämlich ich habe schon ich habe schon Weißbruch gesehen mit dem Spielstand also wir können Zakaria und Mbappé und Alaba und Davis mal ausschließen und Mbappé und Mbappé Tja, und Neuer ah, bei Neuer kannst du nie sicher sein ob der im Mittelfeld rumläuft ah Dijon Alter man kann Kimmich nicht verletzen Kimmich verletzt dich aber da hatte Leute und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in den zweiten 45 Minuten ich habe aber gehört was da was der Slatan gesagt hat angeblich da hat Lukaku gesagt ich fick deine Mutter und deine Schwester gleich mit dazu Timo Werner gib den Ball ab Junge ist das WWE oder ist das Fußball Pass kommt vor ein Lewandowski Oh Junge ich spüre deinen Schmerz ich habe seinen Schmerz richtig jetzt gespürt da fehlt nicht viel ein Super Kumpel macht alles richtig oder der ist eh verletzt ich glaube alle hatten hier schon den Torschreier aufgegeben die haben Boost die machen das heute natürlich die haben Boost der was für den Boost und machen die dann auch die bekommen Boost ja was für eine Parade Egoist doppelter Egoist 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 oh fuck Trio noch Trio ich will so ist es wohl es gibt nicht das ist jetzt eine Chance ganz lang hat er sich da gehalten ich tu 7,2 ist Tottenham, wo ist das? Komm schon Bruni Ecke kommt den 16er Hand Ecke ist da bei der Ecke sehr gut oh oh jetzt sind wir auf dem Stückchen alles schon da pfff alles nach hinten pfff Alter wir gehen heute in die Zweikämpfer warum sind so viele Spieler von uns vorne halbe Mannschaft steht vorne ganz energisch jetzt nimmt das alleine mit allen auf Junge Jürgen Wijnaldum ah knapp gut dass wir in Nullgang im eigenen 16er schon der Palf das, 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 das gebt jetzt Einwurf so und ab jetzt gibt es hier also doppelte Tore auf außen ist jetzt Platz ach 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 schlatt Rockbach spielt sich wie ein B-Drescher da ist er da, guter Zweikam, wer hat den Ball? wie spielt sich ein B-Drescher? da wird aber jetzt da wird aber jetzt ja komm mal das Spiel doch nach vorne das gibt eine gute Gelegenheit das ist das das zählt natürlich doppelt dieser Modus kann so ein Spiel nicht verändern au red bull red bull red bull das ist ein vielversprechender Pass тех Timo Werner sowas kann auch nur Timo Werner WOH tico 20km Ballcer Double also dort wird der Ball schneller ist als du Ecke kommt rein Ogenickbruch Antti hast du hast du hast du hast du so jetzt Pogba Reingabe von Pogba Aaaaaaah Aaaaaaah die Füße ist kaputt Jaaa Nein In Dettel eine Million Münzen kosten Eine Million Münzen, die sammle ich bei Super Mario Das war's Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt Pfff, alter Kräger ist tot Oh mein Von nun an zählen alle Tore, also gleich dreifach Boah Ich geh mit drittes Ball dazwischen Jawohl Ich geh mit drittem Ball dazwischen Oh fuck Bre Jawohl Schön Wo ich bin ich ja damit Oh Und jetzt? Karim Belarabi Ganz alleine WUTS Und jetzt ist dieses Chor Meiner Das sollten das Käpt'n zum Barstermodus nennen Oho Glaublich Spannheit dieser Uferlitten umnieten, oder? Karim Belarabi Das war nichts Wir seh'n keine Regelmodus Da ist die Chance Da ist die Chance Nach wie vor erlebt diese Chance Junge Zählt ist der Ball Und da zählt der Tremper doppelt Spannende Regeln, spannender Modus Alter, warum nieder dich der Torfaktum? Du hattest dich schon mal mit dem Ball Wir schauen doch mal auf die Wiederholung Da setzt er sich durch Oh fuck Nein Nein Oh 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 Uuuh Nein 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 Oh fuck Dünn Junge Neuer glänzt Neuer Run first Run Au Oh Der Torwart verliert den Ball Mapee, das sieht nicht ungefährlich aus What? Drehangieleitung neuer, oder? Neuer, bester Vorlagengeber Bester Zehner Libero ZDM Was auch immer Diffen T Alben V S Torwart Mittelfeld Stürmer Verteidiger Wir haben Positionsbeschreibung Alles Das ist das Dribbling, oder? Passspiel Den Ball hat er Gleich ins Außen Das ist uninteressant Und es gibt natürlich Einbruch Nein Nein Aber warum ist der Boost so früh? Tja Drehangieleitung Tja Tja Oh mein Gott So, wir haben uns auf Dreifach-Treffer gefahren. Was für die Vorlage! Alles so geplant! So wie du geplant warst, oder? Nein! Nein! Das war's für heute! Die Gäste holen sich hier den Sieg! Neuer Brich in den Axen! Ist ein Egoist! Wie hast du Lewandowski heute gesehen? Ne, wir gewinnen auch mal so! Er hat drei Tore erzielt! Am Ende darf er noch mehr rum! Aber Ne, wir kassieren so! Er hat ja keinen Bock mehr! Ne! Wir denken sich, boah! Ich würde niemals so asozial spielen! Ein Spiel später! Ha 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 ha! Alter, Levi, du Egoist! Nimmst nicht den Ball mit! Ah! Ich piss mich gleich an! Alter, Imbap und... Die Wondowski mit einer... Warum nur Neuer? 6,1! Der hat noch fünf Gegentore kassiert! Wie viel kriegst du dann... Wie viel kriegst du dann, wenn du... Ähm... Wenn du 18 Gegentore kassierst!